Der Wurzmann ist back am still mit einem weiteren Video. Ich habe jetzt alle TFT-Missionen abgeschlossen hier. Mal kurz die Map angucken. Late natürlich ein bisschen. Kann man auch noch auf Tag umstellen und Nacht. Bei Nacht kommt gleich ein Special. Hier kommen sich ja noch mal kurz alle die ganzen Geschenke angucken. Sieht schon geil aus. Kapper. Aber die größte Frage ist ja, welche Belohnung kriegt man alle? Welche Belohnung kriegt man alle? Mal kurz die Tagesmission. Weiß ich nicht, ob man da irgendwas anders bekommen kann. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall kann man, wenn man hier auf Nacht geht, nach oben gehen und die Laternen aufsteigen lassen. Warte mal. So nicht. Ich muss dafür einmal kurz jemanden ansprechen. So, zack. Einmal kurz irgendwas anklicken. Das ist ja relativ jacke wie Hose. Zack. Das ist halt an sich scheißegal. Open Gift. Jetzt kann man die Laternen aufsteigen lassen. Geil. Einfach nur geil. Weiß ich nicht, ob man die ändern kann. Ah, jetzt zu den Belohnungen. Jetzt kommen wir zu den Belohnungen, die man alles bekommen kann. Einmal hier dieses Ei. Das Ei. Das hier. Ich glaube, das war es, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob man noch irgendwelche Emotes bekommt, aber ich glaube nicht. Ansonsten halt ein Ei, zwei Ei, drei Ei. Kommen wir mal kurz gucken, ob er eigentlich ein E-Motes bekommt. Abend dadurch, ob ich bezweifle es. Nein, ich glaube nicht. Zack. Ja, dann öffnen wir kurz den Lachs. Zack. Open. Line. Dancer. Dongo. Ach, Danko. Ich weiß ja nicht. Ich will einfach eigentlich eine Umbra haben. Ich will eigentlich einfach eine Umbra haben. Keine Ahnung, die habe ich schon letztens bekommen. Adana. Ach, keine Ahnung. Naja, gelohnt es jetzt eher so weniger, würde ich mal behaupten. Aber at least habt ihr jetzt gesehen, was man alles bekommen kann. Es wird Spaß und wie immer bis zum nächsten Mal.